einen wunderschönen guten morgen nach deutschland und in die ganze schöne große weite welt heute ist freitag das wochenende steht vor der tür 28 juli 2023 auch dieser wunderschöne sommermonat mit so vielen hitze tagen geht zu ende andreas und du du findest dass das wetter heute wieder ganz hervorragend ist obwohl alles bewölkt ist das wetter ist hervorragend aber es ist bewölkt heute morgen und das ist gut so weil wir hatten die letzten tage wirklich wunderschöne sommer wirklich sommer wetter situation jetzt komme ich gar nicht mehr ganz klar weil du hast nämlich gerade gesagt jetzt mach mal was aus dem wetter hier im vorfeld nein es wird ab heute mittag ganz toll werden und die nächsten tage auch und wir erwarten wirklich mainly sunny sonne und wir haben um die 25 bis 30 grad und du hast wieder click hat weil heute nacht hat es geregnet und die kartoffeln musst du nicht gießen und das ist für mich das schöne wenn wir nachts regen haben der dann notfalls sogar noch in den frühen morgen mit reingeht und wir jetzt noch die ausläufer erleben aber wir dann wieder einen schönen tag haben und ich nicht die kartoffeln gießen muss andreas changiert heute irgendwas das changiert momentan noch wenig weil wir haben ein wenig nebeldecke noch so ziemlich dicht am himmel am horizont aber es wird nachher ziemlich klar werden und auch mit sicherheit hellblau und silber changieren so habt ihr es gehört also es ist alles wieder in dieser wetter vorhersage drin und wir wollen ganz kurz noch mal sprechen wir hatten ja vor wenigen tagen einen sonder podcast ganz kurz nur paar fünf minuten vielleicht gemacht und veröffentlicht weil wieder mal das leitmagazin der spiegel angefragt hatte bei mir und der artikel ist inzwischen erschienen hinter der bezahlschranke wie kann man wenn man doch den bösen verschwörungstheoretikern an den karren will das ganze hinter die bezahlschranke setzen das liest ja gar kein mensch weil so viele abos gibt es doch beim spiegel gar nicht mehr ich glaube nicht aber die finanzierung bei ihnen sind ja auch auf anderen ebenen und nicht unbedingt von den abonnenten zu führen denke ich aber man wundert sich schon darüber denn es soll ja doch ein ziemlicher aufmacher gewesen sein aber da war nicht viel zu erkennen ein bisschen verpufft und ja und es ist wahrscheinlich auch dann nicht so gelaufen wie man sich das eventuell spekulieren natürlich nur in der redaktion vorgestellt hatte denn man hatte mir geschrieben es hätte in meinem telegram kanal von beginn an bis heute tausende verlinkungen gegeben was den kopf verlag angeht und man wollte nun mehr wissen über die zusammenarbeit mit dem kopf verlag ja was man damit verdient und im großen und ganzen hat sich dann herausgestellt dieser artikel ging tatsächlich darum was verdienen die bösen verschwörer so in ihren kanälen und auf ihren seiten und da sind ziemlich viele vorgekommen es ging in erster linie aber um krypto konten andreas naja und es ging auch vor allem um spenden das war auch dann letztendlich der schwerpunkt des berichtes und wir selber wir haben ja relativ wenig spenden aufrufe genau genommen gar keine und lediglich auf deiner seite ist irgendwie da so ein kleiner nebenbericht mal mit drin aber das ist auch für uns zum glück nicht die große problematik aber darauf hat es sich dann nachher konzentriert ja also an dieser stelle trotzdem immer wieder dankeschön für alle spender die uns etwas überweisen wir freuen uns natürlich darüber und können das auch gut verwenden denn wie ihr euch vorstellen könnt sind wir nicht die einzigen hier die arbeiten an dem was ihr täglich seht und hört aber es ging da wie gesagt ja nicht und kenn jebsen und michael bei weg und viele andere da ging es um die krypto konten roger bittel und nun bei uns nicht weil wir haben weder ein spendenkonto über kryptowährung noch irgendetwas anderes wobei da etwas für mich spannendes sich herausgestellt hatte was ich nicht wusste wenn man so ein konto ein krypto konto hat und um spenden wird kann jeder nachgucken wie viel man da einnimmt ja man kann also in die computer reingehen denn wenn jemand um spenden oder überhaupt irgendwelche offiziellen nummern quasi also die eigene identifikation bekannt gibt kann man über die natürlich auch die entsprechenden geldflüsse kontrollieren jeder kann das im prinzip wenn er die einrichtung hat und über das entsprechende know-how verfügt und bei uns ging es jetzt also darum wir sollten offenlegen was wir damit verdienen und dann haben wir mit unseren anwälten gesprochen und die haben ein schreiben an den spiegel aufgesetzt und haben freundlicherweise auch ein zitat von mir dass ich gerne abgedruckt gesehen hätte dort beim spiegel mit dorthin geschickt und das wollen wir euch ruhig mal vorlesen was die anwälte geschrieben und geschickt haben an den spiegel damit ihr mal diesen vorgang auch ein bisschen aus der nähe betrachten könnt da heißt es sollten sie unsere mandantin in ihrem bericht erwähnen verlangt sie dass sie wie folgt ungekürzt zitiert wird lese ich gleich vor darauf hat sie einen anspruch denn es geht ihr gerade darum den aus ihrer sicht anmaßenden aspekt ihrer anfrage und der nachfolgenden berichterstattung deutlich zu machen wenn sie an den spiegel gerichtet die arbeit anderer journalisten kritisieren müssen sie sich gefallen lassen dass sie ihre kritik in einer kurzen replik in den kontext stellen und jetzt kommt dieser dieses zitat das ich dann gerne abgedruckt gesehen hätte es ist nicht abgedruckt worden sondern der spiegel hatte dann in dem beitrag nur geschrieben eva hermann wollte sich inhaltlich nicht äußern aber das wäre das zitat hier gewesen der spiegel hat aus relotius nichts gelernt und musste erneut fake news über flüchtlinge löschen maßt sich aber an die arbeit anderer journalisten zu bewerten das ist bigott und verlogen zitat ende und ich sage euch auch gleich um welche berichterstattung es gegeben gegangen ist die hier erwähnt ist die anwälte schreiben dann weiter nur vorsorglich wurde im schreiben an den spiegel darauf hingewiesen also das sag ich jetzt das und jetzt kommt es wörtlich dass ihnen nach der rechtsprechung der pressekammern keine einschätzungs prärogative dahingehend zusteht dass sie überprüfen dürften ob die antwort aus ihrer sicht passt natürlich mussten wir auch erst nachgucken was prärogative heißt das bezeichnet die vorrechte eines monarchen die ihnen zustehen ohne gesetzlich gebunden zu sein schöner begriff und weiter heißt es sie haben sie exakt so zu bringen wie sie formuliert ist jede kürzung wäre sinnentstellend und damit rechtswidrig und das wird von unserer anwaltsseite deswegen so explizit betont da wörtlich wir immer wieder die erfahrung gemacht haben dass redaktionen antworten der mandanten kürzten wenn sie dem mutmaßlich redaktionell erwünschten narrativ des berichts widersprachen ja und das ist natürlich eine sehr klare ansage von hochkompetenten medien anwälten denen wir unseren vorgang gegeben haben dass sie sich darum bitte sachverständig kümmern mögen und wir sind sehr dankbar an dieser stelle diesen anwälten und wir sind auch sehr froh darüber dass dann wir auch aus diesem artikel dann doch nicht im prinzip großartig erwähnt wurden oder überhaupt in irgendeinen fokus gerieten das fanden wir schon interessant da haben sie dann doch ein bisschen naja zurückgezogen ja vielleicht hatten sie es auch so geplant hier also man weiß es nicht auf jeden fall ist es ja so dass unsere causa gegen den spiegel wegen der berichterstattung 2020 über kanada hier dass die noch nicht beendet ist sondern dass ende august die verhandlung stattfindet also die berufungsverhandlung und die durch uns angestoßen wurde und wir sind darauf sehr gespannt ja es gibt jahrelange verzögerung man muss sich was vorstellen wir haben jetzt das jahr 2023 der dreck ist geschmissen und man muss immer wissen wenn man mit dreck schmeißt bleibt immer etwas hängen egal auch wenn man anschließend die sache dann gerade biegt uns auch sein recht bekommt wir wollen für unser recht kämpfen das werden wir und auch wenn alle juristischen mittel oder situationen oder gerichtssituationen das sind ja viele faktoren corona und alles was es da so gibt dazu geführt haben dass das immer wieder verschoben wird und das ist immer wieder wir bleiben dran und berichten euch dann auch ja genau und was war das für eine geschichte die ich in meinem zitat gemeint hatte dass der spiegel also aus relotius nichts gelernt habe da gab es vor einem guten halben jahr also ende letzten jahres gab es berichterstattungen im spiegel über eine dramatische flüchtlingsgeschichte und die wurde von einer wie sich später herausstellte social media influencerin erstellt und dem spiegel verkauft und dort wurde das auch berichtet und nachdem überall zweifel aufgetaucht war worden waren oder waren an der an dem wahrheitsgehalt dieses bericht ist ähnlich wie bei relotius damals klaus relotius der mit preisen überhäuft worden war die ihr euch erinnert und ein großer teil seiner geschichten schlichtweg erstunken und erlogen waren und ein spiegelkollege juan moreno die geschichte aufdecken wollte und dann noch gescheitert erstmal war an den reaktionen seiner kollegen die das gar nicht wollten dass das veröffentlicht wird aber er ist dran geblieben und es hatte sich dann auch durchgesetzt und dann musste her relotius auch gehen und diese influencerin die ist da wohl direkt in diese fußstapfen getreten also auf jeden fall hat im januar diesen jahres der fokus getitelt bei spiegel flüchtlingsberichten tauchen weitere ungereimtheiten auf und es ging um vier beiträge die dann inzwischen schon offline geworden geworden worden waren denn es seien zweifel an deren wahrheitsgehalt aufgekommen und ja der spiegel hatte also in diesem jahr 2022 mehrmals über eine hilflose gruppe von flüchtlingen berichtet um auf die umstrittene migrationspolitik der eu aufmerksam zu machen das sind ja spannende zusammenhänge dass man dann immer wieder feststellen muss dass wenn solche rührseligen geschichten mit dieser werf veröffentlicht werden dass es dann immer um das schicksal der flüchtlinge geht aber eigentlich nie auch um andere schicksal naja das ist das thema wo bleiben eigentlich die opfer denn da gibt es ja nicht nur auch beispielsweise die probleme auch der gewalt sondern es gibt ja auch viele die darunter leiden es gibt ja auch die menschen die in einem land leben welches zum beispiel geflutet wird das muss man einfach auch mal zur rücksicht nehmen und wir sehen hier die beschreibung aus meiner sicht einer tendenziösen grundhaltung und tendenziöse grundhaltung bedeutet dass ich eine gewichtung meiner aussagen und meiner veröffentlichung in eine richtung haben will und wenn dann eben halt argumente kommen die dafür sprechen dann wird vielleicht an bestimmten stellen nicht so genau hingeguckt wenn einer etwas gegenteiliges bringen würde und sogar mit fakten unterliegt wie dieser modeno beispielsweise damals gegen relozius moreno gegen den relozius da wird natürlich nicht nur von den kollegen sondern auch von der chefseite eben halt ganz klar gesagt stopp 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 ja also was war dann weiter passiert die neue zürcher zeitung die hat dann angefangen die identität der berichterstatterin zu hinterfragen die selber in diesem flüchtlings drama des spiegel eine schlüsselrolle einnahmen wie es hier heißt und die nzz journalisten die haben dem spiegel vorgeworfen die öffentlichkeit bis heute zu täuschen statt das eigene versagen ehrlich aufzuarbeiten ich will da gar nicht weiter reingehen in diese flüchtlings geschichte auf jeden fall ist ein fünfjähriges mädchen von einem skorpion angeblich gebissen worden und ist gestorben und dann sind mutmaßliche belege veröffentlicht worden all das ist dann im spiegel auch hinreichend dargestellt worden und hat sich im nachhinein dann als sehr zweifelhaft herausgestellt man weiß wahrscheinlich bis heute nicht wirklich was da eigentlich los war auf jeden fall sind die geschichten beim spiegel gelöscht und diese social media frau die hat inzwischen alle ihre nachrichten die sie verbreitet hatte auch gelöscht und die kanäle von ihr die gesamten konten in den sozialen netzwerken sind auch gelöscht worden und da hätte man ja vielleicht auch noch mal auf ein wirklich aufklärendes wort von seiten dieser redaktion gewartet nein das ist eben halt nicht da spielt eine gewisse doppelmoral eine rolle aus meiner sicht das heißt man legt dann gerne bei den deliquenten über die berichtet wird genau den finger in die wunde und wird dann natürlich auch zum teil einfach tendenziös aber wenn es um die eigenen dinge geht da geniert man sich dann doch zieht sich zurück man schweigt es auf deutsch gesagt einfach tot spannend war eben als diese anfrage an uns gestellt worden war jetzt vor wenigen tagen vom spiegel dass wir also ein kooperationspartner hätten über den wir produkte wie bücher oder krisenvorsorge artikel das ist jetzt mein zusatz veröffentlichen oder angeboten hätten da haben wir uns dann angeschaut was der spiegel alles an kooperationspartnern hat ja natürlich es geht darum dass wir einen panik gemacht hatten in sachen vorsorge und dass wenn dann die infrastruktur der lieferketten nicht so richtig funktionieren würden dann würde würden wir dann eben mal entsprechend dann bestimmte produkte dann empfehlen ja das stimmt das macht die bundesregierung übrigens ganz genau so ist interessant und der spiegel bietet über seine gesamten kooperationen natürlich auch produkte an und man sollte einfach mal runter gehen unter die verlinkungsliste und dann gibt es da besondere rabatte wenn man da bestellt irgendwie oder kann man dann direkt anklicken und also ich gehe nicht davon aus dass der spiegel der geldrand verdient natürlich nicht nein 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 die leben nur von den abonnenten geldern und eben halt die gebühren übernahmen von herrn gates aber ansonsten ist da nicht viel nein das ist auch wirklich sonst auszuschließen nur bei uns ist es ein partner oder vielleicht nochmal irgendein anderer und bei ihnen sind es dutzende über dutzende noch gut im laufe der vielen jahre seit wann gibt es den spiegel seit den 40er ende 40er jahren seit dem zweiten weltkrieg da sammeln sich natürlich auch kooperationspartner an das ist sogar auch okay die frage ist was für eine arbeit liefern sie ab und das kann nur der bürger selbst erkennen der sagt ich abonniere oder kaufe mir eine solche zeitung oder ich höre auch beispielsweise eva herrmann offiziell oder ich höre sie nicht da gibt es ja den on off schalter und damit ist on off so und dann sagt man eben halt nein das kann jeder sagen ich finde das völlig in ordnung problem ist wenn man dann aus als spiegel redakteur oder als angegriffenes blatt oder so empfinden die das offenbar dann auf kleine journalisten wie auf uns wobei ich ja noch nicht mal einer bin ich bin ja nur der mitläufer jetzt hier dass wir dann angegriffen werden weil da eventuell irgendwo eine kleine marge reinkommen könnten um die kosten zu decken oder zu deckeln oder ansatzweise wie auch immer es geht natürlich in wahrheit um telegramm wir wissen dass die bundesregierung hilflos ist weil es keinerlei oder so wenig wie möglich kooperation zwischen den telegramm betreibern und der bundesregierung gibt die doch da gerne den finger drauf legen würde wie bei anderen sozialen netzwerken natürlich auch fake news regeln und woke regeln und antidiskriminierungs regeln aufgelegt werden das sind ja sehr moderne und zeitgenössisch relevante begriffe und das würde man dort eben auch gerne alles auferlegen und es geht nicht also muss man die leute die ihre arbeit im telegramm kanal anbieten muss man versuchen anzugreifen und wenn es dann noch so krude verschwörungstheoretiker wie andreas popp sind solche leute ja da obwohl du bist gar nicht erwähnt also ich werde ja sowieso nicht erwähnt aber ich bin ja auch nicht hübsch und frau sondern ich bin ja halt nur ein alter weißer man andreas das sagen die doch immer ja also ihr lieben wir machen mal weiter du kriegst jetzt gleich ein paar tropfen dass es dir wieder besser geht wir wollen nämlich mal nur hinein lesen in paar aktuelle meldungen der letzten nur zwei tage und fragen uns dann in diesem zusammenhang wäre es nicht angebracht dass solche organe wie der spiegel beispielsweise auch mal über die schicksale der hier betroffenen menschen berichten würde vielleicht auch mit der gleichen empathie die bei diesen leider sehr zweifelhaften beiträgen eingesetzt wurde also zum beispiel ein beitrag der von der jungen freiheit veröffentlicht wurde es ist nach einer gruppenvergewaltigung ein somalia festgenommen worden die hat es gegeben diese vergewaltigung am 21 juli aber erst vor wenigen tagen war das bekannt geworden durch einen bericht der welt bis dahin hatten die behörden alles verheimlicht es geht um einen somalia der einer der sogenannten geduldeten drogen dealer vom görlitzer park in berlin kreuzberg sein soll und ein richter hat gegen den verdächtigen einen haftbefehl erlassen das hat die staatsanwaltschaft mitgeteilt die weiteren täter sind noch auf der flucht und es heißt dass dieser drogen dealer hier der im görlitzer park arbeitet geduldet und romantisiert wird also das ist ja dann auch so ein bisschen eine geschichte eines morbiden einer morbiden szene die da fast gepflegt wird und die geschichte ist wirklich heftig denn man hat eine frau eine 27 jährige vor den augen ihres gleichaltrigen begleiters vergewaltigt der mann wurde von den mittätern mit gegenständen verletzt zu boden geworfen dort festgehalten außerdem wurde das paar dann noch ausgeraubt und ich meine was dann anschließend mit diesen menschen passiert das kann man sich vorstellen und natürlich muss man die privatsphäre dieser menschen waren aber andreas wir haben in den zurückliegenden jahren schon öfter mit familien zu tun gehabt die sich an uns gewandt hatten weil genau in ihrem umfeld so etwas passiert ist und da ist es immer wieder eine und dieselbe aussage gewesen diese menschen sind fürs leben gezeichnet und haben große probleme naja alleine diese geschichte die geht ja wirklich an die nieren wenn man sie zulässt da geht ein pärchen irgendwo ganz normal spazieren und gerät in eine solche situation das ist ja nicht nur die körperliche gewalt sondern es ist die psychologische gewalt nämlich dieser demütigung dieser demütigung eines mannes also ich mag mich da überhaupt nicht reinverdenken der festgehalten wird während die frau vergewaltigt wird das hat natürlich zur folge bestimmte traumata die das ganze leben verfolgen das muss man mal deutlich sagen das interessante ist wenn dann steht ein geduldeter drogendealer da fragt man sich in welcher situation des rechtsstaates sind des erodierenden rechtsstaates sind wir eigentlich gelandet dass es geduldete kriminelle gibt die aus dem ausland in das eigene land kommen und dort die inländer mehr oder weniger schädigen und auch vergewaltigen oder die eben halt mit drogen eben bestücken das ist eine unfassbare situation die wir hier so nebenbei beschreiben und gehört zum alltäglichen bild und polizei und staatsanwaltschaft haben diese sache verschwiegen und begründen es in einer pressemitteilung jetzt nachträglich damit dass es sich wörtlich nicht um straftaten handelt die einer serie zuzuordnen wären dafür gebe es keine anhaltspunkte hier heißt es in dem artikel dabei hatte der senat gerade erst auf eine parlamentarische anfrage bekannt gegeben dass es allein in der ersten hälfte dieses jahres im görlitzer park bereits acht vergewaltigungen sexuelle nötigungen sexuelle übergriffe gegeben habe fünf alleine trugen sich im juni zu außerdem sei es von januar bis juni zu 13 weiteren sexualdelikten und zwei fällen von sexuellem missbrauch von kindern gekommen andreas was sind das denn für zahlen naja vor allem ist es so wenn man jetzt sagt wenn ich das weiß und kenne diese zahlen dann darf ich da eben einfach nicht hingehen dann bedeutet das die aufgabe des eigenen landes und die aufgabe der eigenen heimat das ist das eigentliche wiederum entwürdigende was damit spielt dass man in seinem eigenen land in dem man gewohnt hat in dem man wohnt das land das man liebt patriotismus bedeutet man liebt sein eigenes land das bedeutet nicht dass man andere länder hast sondern man liebt nur sein eigenes ich freue mich auch über jeden patrioten der in seinem anderen land sein land liebt aber genau das ist die problematik offenbar ist es in deutschland nicht mehr erlaubt sich selbst zu verteidigen und da wird es dann eben halt sehr sehr bitter es ist natürlich ein gedanke schon einleuchtend dass man keine panik schüren will damit andere unschuldige ausländische mitbürger jetzt nicht unter generalverdacht alle gestellt werden weil das ist natürlich genau der sprengstoff den man in politischen kreisen kennt und weiß und dementsprechend andreas müsste man ja eigentlich dann auch die zuwanderungszahlen sorgfältiger auswählen denn mit jedem weiteren zustrom ins land wächst ja auch genau dieses problem beziehungsweise das explosionspotenzial man kann diese zuwanderung gar nicht mehr abschalten weil man hat die länder und die grenzen den grenzschutz schlichtweg aufgegeben und ich sehe da ein politisches kalkül hinter es gab vor 2015 eine ziemlich klare struktur über flüchtlinge das wird in der genfer konvention festgehalten und flüchtling ist klar definiert einer der wegen seiner hautfarbe seiner sexuellen orientierung oder seiner politischen meinung verfolgt und mehr oder weniger vom tode bedroht ist das sind ganz klare kriterien was wir jetzt haben sind aber keine flüchtlinge sondern es sind einwanderer das sind auch keine wirtschaftseinwanderer denn die wandern ja gar nicht in die wirtschaft ein sondern die wandern ja vor allem auch in die sozialsysteme ein einige natürlich sind ausgeschlossen das muss man auch ganz klar sagen die wollen dann auch in der wirtschaft was machen und natürlich ist das kein pauschal urteil man muss da vorsichtig sein aber der normale bürger der muss ja dabei irgendwann auch dann vor allem wenn er die großen zusammenhänge nicht erkennt irgendwann radikalisieren weil er sagt ich habe gar keine andere wahl mehr ich komme jetzt in eine in einer verteidigungshaltung eine notwehrsituation die er empfindet und damit spekulieren aus meiner sicht auch die großen politischen führer weil sie sehr wohl wissen wie das volk reagiert und ich glaube diese ganze geschichte lässt sich mehr mehr oder weniger als plan auch ziemlich deutlich dokumentierende dahinter steht ich will mal weil du es gerade gesagt hast dass doch die leute die dort in den entscheidungspositionen sind genau bescheid wissen möchte ich noch mal gerne auf ein paar zitate zurückkommen und auf einen blick in den zehnten kinder und jugendbericht 1998 was man da nämlich zu diesem thema alles gesagt hat zunächst mal die zitate helmut schmidt 1981 wörtlich wir können nicht mehr ausländer verdauen das gibt mord und totschlag hat er 1981 gesagt hans-dietrich genscher 1984 wir sind kein einwanderungs land angela merkel 2004 die multikulturelle gesellschaft ist gescheitert und dann gute zehn jahre später gab es bei ihr einen völligen gesinnungswechsel da hat sie nämlich 2015 als sie alle türen und tore sperr angel weit aufgerissen hat gesagt es ist offenkundig dass der islam inzwischen unzweifelhaft zu deutschland gehört so und wie klar allen entscheidern ist dass die sache nicht gut gehen kann da schauen wir jetzt in diesen zehnten kinder und jugendbericht 1998 da hat die bundesregierung damals wie folgt wörtlich stellung bezogen so wie es fremdenfeindlichkeit der deutschen gibt gibt es deutschen feindlichkeit bei zugewanderten nicht selten unterstützt und geschürt durch fundamentalistische organisationen dazu zwei klarstellungen auch wenn aufgrund der literaturlage und der öffentlichen diskussion sich die beispiele auf die türkischen zuwanderer richten sind ähnliche abwehrhaltungen und distanzierungen von den deutschen vorstellungen auch bei einem teil der anderen zuwanderer vorhanden bei den arbeitsmigranten anderer nationalität und den flüchtlingen ebenso wie bei den aussiedlern zitat ende man weiß also mit welchen folgen zu rechnen ist kann man ja hier erkennen wenn derart verschiedene glaubenskulturen auf engstem raume aufeinander losgelassen werden andreas da ist ja immer wieder auch die frage in allen möglichen artikeln und sozialen netzwerken gestellt worden migranten als waffe fragezeichen natürlich das ist auch nicht ganz neu also eine zwangsmigration eine zwangsvermischung ist ungefähr genauso einzuordnen als rassistisch wie eine zwangsreinhaltung das hatten wir auch schon einmal gehabt die rassenreinhaltung diesmal gab das ist genau der selbe rassismus mit umgekehrten vorzeichen es fing ja schon damit an dass wir wussten dass wenn eine überflutung aus verschiedenen kulturen ins land kommt dass das land das ganze nicht aufnehmen kann daraus entsteht armut peter scholler tour der hat es einmal gesagt er hat irgendwann gesagt wer halb kalkutta aufnimmt der hilft nicht etwa kalkutta sondern wird selbst zu kalkutta ja und genau das ist das was dann irgendwann passiert und wenn wir uns die städte ansehen die sich so langsam entwickeln dann merkt man ich denke da an marseille zum beispiel in frankreich die zweite häufigste sprache in marseille die zweitgrößte stadt in frankreich ist übrigens französisch die erste ist arabisch und dementsprechend sehen auch die städte mittlerweile aus sie sind kulturell ich sag mal enteuropäisiert ent französisiert worden wie auch immer jetzt kann man sagen das kann man sich wünschen aber jeder hat auch ein recht auf seine heimat und deshalb ist es unglaublich wichtig dass wir wieder in eine vernünftige übrigens sind diese argumente nicht gegen diejenigen die missbraucht werden zu flüchtlingen die flüchtlinge sind auch eine riesenindustrie da wird ja unheimlich viel geld damit verdient also wenn ich das sehe ich habe gerade gehört wenn einer zum beispiel eine asylanten eine gruppierung versorgt mit 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 nahrungsmitteln der hat zu einer ein bit catering betrieb und der hat am tag daneben halt zigtausende alleine die er damit einnimmt das sind ja richtige industrien deshalb halten natürlich auch viele still aber es ist auf kosten der menschen denn das entwürdigende halten von ausländern auch in deutschland das ist ja genauso dramatisch und anzukreiben denn wenn wir ihnen anzukreiben wenn wir den menschen die möglichkeit geben würden in ihrer heimat für weitaus weniger geld wesentlich mehr möglichkeiten für ein menschenwürdiges leben finanzieren dann wäre das alles relativ einfach zu handeln es ist der falsche weg und es ist auch flüchtlings entwürdigend was in der politik läuft das sieht man auch an einer weiteren stellungnahme in dem 10 familienbericht 1998 da heißt es wohl aufgepasst hinweise auf fallanalysen auskünfte von ärzten sowie fachkräften im psychosozialen beratungsdiensten verstärken den eindruck dass kinder ausländischer herkunft psychische auffälligkeiten zeigen die in zusammenhang mit der wanderung und den belastungen ihrer situation in einem fremden land stehen in vielen beiträgen erscheinen kinder im psychischer und psychosomatischer hinsicht als risikogruppe ja natürlich und das muss man sich wirklich vorstellen die kinder kommen aus ländern wo kriege geherrscht haben ich denke afghanistan das sind ja doch recht viele wo ein krieg widerrechtlich vom zaun gebrochen wurde und das letztendlich von denjenigen die in der rüstungsindustrie involviert sind und an der rüstung zum beispiel bei solchen kriegerischen auseinandersetzungen viel geld verdienen und gleichzeitig werden mit diesen kriegen flüchtlingsströme in gang gesetzt wo dieselben investoren wieder geld daran verdienen nämlich an der flüchtlingsindustrie das ist das menschen unwürdige das heißt es geht nicht nur um die verteidigung der bewohner der länder in die eingewandert wird sondern auch um die verteidigung der menschen die man zu flüchtlingen degradiert da steht nämlich auch etwas hinter und das ist nicht einfach nur so ein naturgesetz dass diese flüchtlinge entstehen ich hatte vor einigen jahren einige zitate der leitenden politiker in deutschland zu ganz anderen zeiten recherchiert die sind alle wasserdicht es gibt ja leider im netz immer wieder aussagen die werden erfunden oder die werden falsch zugeordnet diese hier sind alle hieb und stichfest 1973 als es tatsächlich noch eine vergleichsweise schwindende zahl von fremdarbeitern in deutschland gab hat spd kanzler willi brandt in seiner regierungs erklärung gewarnt wörtlich in unserer mitte arbeiten fast 2,5 millionen menschen anderer nationen es ist aber notwendig geworden dass wir sehr sorgsam überlegen wo die aufnahmefähigkeit unserer gesellschaft erschöpft ist und wo soziale vernunft und verantwortung halt gebieten und genscher hat 1984 gesagt der ehemalige bundesaußenminister wir sind kein einwanderungs land wir können es nach unserer größe und wir können deswegen unserer dichten besiedlung nicht sein deshalb geht es darum ohne eingriffe in die rechte des einzelnen und der familie ohne verletzung der grundsätze der toleranz zu einer verminderung der ausländer zahlen zu kommen und helmut schmidt den haben wir gerade schon zitiert der hat gegenüber zeitungsverlegern noch während seiner kanzleramtszeit folgendes geäußert mit weit über vier millionen ausländern ist die aufnahme der deutschen gesellschaft erschöpft wenn nicht ganz große probleme entstehen sollen mehr als 4,5 millionen ausländer können wir mit anstand nicht verdauen und auf einem spd-wahlparteitag in hessen hatte er gesagt es ist ein fehler gewesen so viele ausländer ins land zu holen und schmidt hat dann bei einer dgb veranstaltung seines hamburger wahlkreises im november 1981 wörtlich gesagt wir können nicht mehr ausländer verdauen es gibt mord und totschlag naja wenn man das ganze mal jetzt zurückblickt dann stellt man natürlich fest man hat es nicht getan was der herr schmidt damals empfohlen hat als bundeskanzler und die großen probleme sind eingetreten und treten immer mehr ein und das fängt damit an dass in der bundeshauptstadt in berlin rechtsfreie zonen herrschen in dem also geduldete straftäter rumlaufen ob drogendealer oder sonst was und man weiß eben halt dass man dort regelmäßig angegriffen oder eben halt vielleicht auch vergewaltigt wird und das ist dieser rechtsfreie raum das ist also eine qualität des miteinander umgehens die schwer zu verdauen ist wir haben ja vor wenigen wochen gesehen was in paris in frankreich stattgefunden hat mit den ausschreitungen angeblicher jugendlicher das waren natürlich migrantengruppen das ist auch zum beispiel von der bild dankenswerterweise auch immer wieder herausgehoben worden was das eigentlich bedeutet die bilder der brennenden autos feuerwerkskörper die auf die staatsmacht abgefeuert wurden und gewalt krawall brandstiftung und was wir jetzt in den nachrichten über deutschland lesen andreas zum beispiel ganz aktuell es beschränkt sich eben nicht mehr auf großstädte wie berlin oder wie dortmund oder essen oder so sondern im beschaulichen fillingenschwenningen in bade würdemerk da sind polizisten zum teil schwer verletzt worden da sind böller geflogen 300 mann haben als sogenannter krawall mob die polizei attackiert bei einem straßenfest und ja und auch das ist nicht gemeldet worden laut einem sprecher der polizei seien die vorfälle aufgrund eines internen fehlers bislang nicht an die öffentlichkeit weitergegeben worden ein mitarbeiter habe den einsatz versehentlich zu früh zu den akten gelegt und die stadt bemühe sich jetzt um schadensbegrenzung das zeigt natürlich eins nehmen wir mal an dass er das ernst gemeint hat und er die wahrheit gesagt hat dann sind also offenbar solche vorgänge so normal geworden dass man sie unter den vielen vorgängen einfach mal irgendwie zu den akten legt das heißt offenbar empfindet dieser polizist der dafür verantwortlich war die öffentlichkeit zu informieren das ganze als so normal und daran erkennt man diesen abstieg der eigentlichen lebenskultur die irgendwann mal in deutschland da war und die nächste meldung kommt aus upal das muss glaube ich in sachsen anhalt sein oder ja also auf jeden fall ist das ein ort da will man unbedingt eine flüchtlingsunterkunft hinstellen und bauen und die bürger sind dagegen in wenigen tagen sollen am dorfrand also ist ein dorf jetzt die ersten container für diese flüchtlingsunterkunft aus aufgestellt werden der widerstand der gemeinde gegen dieses projekt hält an andreas und das ist ein 500 einwohner dorf wir haben ja neulich schon mehrere male solche meldungen gehabt es scheint ja jetzt so zu sein dass man die zugewanderten migranten die jeden tag in strömen wir kommen gleich noch zu konkreten zahlen hereinkommen dass man die nicht mehr nur auf die großstädte sondern jetzt so langsam aufs land verteilt naja das ist genau die struktur die dahinter steht und das will man offenbar auch und deshalb hat man ja auch so viel angst vor der afd weil die zum beispiel sagt dass man einen widerstand nicht leisten kann auf bundesebene sondern in seiner regionalebene und von dort aus einzeln zu sagen halt stopp noch mal ich kenne einige menschen die sich sehr kritisch mit dieser politik auseinandersetzen aber diese kritiker die zum beispiel sich dagegen wehren dass flüchtlingsunterkünfte gebaut werden das sind in den seltensten fällen auslandhasser das muss man auch mal ganz klar sagen ich bin zum beispiel im erzgebirge einige male gewesen und habe dort in einer kebab bude einem kebab gegessen und komme da rein und da steht ja dieser kebab eigentümer arabischer herkunft eindeutig interessanterweise mit einer mit einer erzgebirgentracht ich weiß nicht was sie da tragen hat mich fröhlich begrüßt und hat war super anerkannt weil er auch integrationsfreudig war und es gibt so viele die integrationsfreudig sind und ich möchte hier ganz klar auch sagen die vielen italiener die türken ich kenne so viele freunde aus meiner kindheit aus der jugend noch die damals schon gekommen sind angepasst die leiden ja unter dieser irrsinnigen politik genauso wie die ganz ursprünglichen die dort gelebt haben und an der stelle ist es eben halt unglaublich wichtig dass wir hier deutlich sprechen denn die werden jetzt alle unter generalverdacht gestellt und wichtig die leute die einwandern auch widerrechtlich einwandern sind selbst opfer die adressaten müssen an die politik gehen und deshalb wird auch so da massiv gegen geschossen weil das die leute immer mehr merken also ganz kurz upal liegt in mecklenburg-vorpommern ist jetzt hiermit richtig gestellt und jetzt heißt es gerade ganz aktuell beim ndr ist vor wenigen minuten veröffentlicht worden dass es also keinen baustopp dort geben wird für die flüchtlingsunterkunft trotz erneuten widerspruchs der gemeinde können die bauarbeiten fortgesetzt werden andreas das heißt wenn ein dorf zusammenhält und sagt wir möchten das nicht dann hat hat man eigentlich in dieser gemeinschaft offenbar gar keine chance mehr und das widerspricht dem prinzip der demokratie und das ist ein klares indiz ich würde sogar sagen beweis dass wir die demokratischen prinzipien längst verlassen haben in der demokratie gilt die subsidiarität das bedeutet jeder einzelne muss für sich maximale entscheidungsvollmacht haben entscheidungsvollmacht heißt zu entscheiden auch wer wo wohnt und wenn ich jetzt in einer kleinen gruppe bin das wäre die nächsten größenordnung eine gemeinde oder ein dorf oder ein landkreis dann müssen die auch entscheiden können und zwar übergeordnet über dem land und das land übergeordnet über den über dem bund oder dem bundesstaat und dem übergeordnet gegenüber der eu und so weiter also das bedeutet die kleinste einheit muss am meisten macht haben wir haben aber genau eine umgekehrte situation dass der bund zum beispiel die höchste macht ausübt oder die eu noch genauer die un und da wissen wir wieder wer dahinter steht aber das heißt der einzelne ohnmächtig gemacht wurde diese ohnmacht also keine macht mehr über sich zu haben und über sich entscheiden zu dürfen das verstößt gegen demokratie ja und jetzt kommen wir mal zu den zahlen zum halbjahresbericht des bundes amtes für migration und flüchtlinge bis juni diesen jahres haben fast doppelt so viele migranten in deutschland asyl beantragt wie letztes jahr laut dieser statistik kommen vor allem junge moslems wie es hier heißt die zahl exakt von januar bis juni 162 271 migranten 150 166 stellten einen erst antrag das sind 77 5 prozent mehr als im vergleichszeitraum des rekord vor jahres 2022 andreas es gab ja so genannten migrationsgipfel da sollte ja auch unter den länderschefs beschlossen werden wie man damit umgeht die kommunen die gemeinden die städte alle ächzen und können nicht mehr und trotzdem kommt aus berlin kein zeichen der beruhigung sondern im gegenteil es werden immer mehr man muss doch eine art vorsatz dahinter vermuten natürlich ist das vorsatz und wir werden ja auch immer deutlicher und ich bitte um verzeihung wenn das heute so eine dystopisch anmutende sendung ist die hier so ein untergangsszenario vermuten vermitteln könnte aber das ist es nicht wir wissen ja auch in welcher phase des jüngsten gerichtes wir uns befinden wir reden immer wieder darüber aber wir müssen die momentane ist situation beschreiben und sind deshalb noch in der sachlichen austausch situation und wenn du fragst wie soll deutschland das verkraften antwort gar nicht geht nicht weil es gibt physikalische grenzen wir haben eine bestimmte anzahl von wohnungen also kubikmeter umbauten raum wie man juristisch ausdrückt und da geht nur eine bestimmte gruppierung von menschen rein und selbst wenn man das ding zu pflastert mit irgendwelchen containern das reicht irgendwann nicht auch die ernährung reicht nicht und es ist ein chaos vorprogrammiert und natürlich muss sich da absicht hinter erkennen das ist doch nicht in irgendeiner form ein naturgesetz aber man versucht uns ja mehr oder weniger darzustellen als wäre das eine frage des sogenannten menschengemachten klimawandels und das sind genau die dinge die man da immer wieder einbaut um ein argument zu haben nach dem motto wir reagieren ja nur noch nein sie reagieren nicht sie agieren das ist für mich eine hybride kriegsführung der vorsitzende der deutschen der bundespolizeigewerkschaft heiko tegatz der übt scharfe kritik an der politik und bezeichnet die zahlen als hoch dramatisch hat er in der bild zeitung gesagt und geäußert bei dem anstieg der asyl zahlen von 77,5 prozent ist zweifelsfrei belegt dass die auf den flüchtlingsgipfeln vereinbarten maßnahmen kläglich gescheitert sind und also wenn das jetzt das ganze jahr so weitergeht und man redet man rechnet noch mit einer steigerung weil die meisten sogenannten flüchtlinge und asylbewerber nämlich im sommer und herbst kommen dann reden manche stellen bis zu 500.000 könnten es sein die in diesem jahr kommen andere sagen bis zu 400.000 auf jeden fall wären das so gerechnet drei neue großstädte naja wir dürfen nicht vergessen dass die population ja auch innerhalb der eingereisten auch weitergeht das heißt der vorgang ist nicht nur eine frage der zugereisten würden keine mehr zureisen dann müssen wir einfach auch die dinge zur kenntnis nehmen dass die weiterverbreitung das heißt die nachkommen zum beispiel bei anderen mentalitäten arabischer art durchaus fünf kinder sein können und in deutschland ist es dann eben halt nur ein kind das heißt in deutschland würde sich die nächste generation halbieren während sich eine andere aus einer anderen mentalität sich verfünffachen würde das ist ja auch ein prozess der sowieso läuft und wenn jetzt noch das dazukommt ich glaube der das augenmerk liegt auch auf einem falschen falschen fokus im augenblick weil wir reden eigentlich nur über diese tagespolitik nach dem motto wenn das auf 100.000 reduzieren könnten wäre das problem gelöst nein es muss eine grundsätzliche neue migrationsdebatte geben weltweit aber geführt von den einzelnen ländern um dann eine auch wirklich menschliche lösung zu finden die gibt es denn ich denke wir geben unmenge geld aus noch für kriege und für alle möglichen rüstungsgüter würde man das umlenken könnte man den menschen auch eine menschenwürdige situation verschaffen also es gibt noch ein paar zeilen ja die bild zeitung veröffentlicht wo sollen so viele menschen wohnen wie sollen die kinder betreut werden fakt im jahr 2022 wurden gerade mal 295.000 wohnungen neu fertiggestellt 378.000 kita plätze fehlen schon jetzt in deutschland und bis 2025 fehlen 25.000 lehrer hier wird der renommierte bremer migrationsforscher stefan luft zitiert der sagt wörtlich deutschland steuert in der zuwanderung auf einen zustand deutlicher überlastung erfolgreiche integration ist bei zustrom in dieser dimension nicht erwartbar andreas und da bin ich wieder beim vorsatz aus berlin von frau feser man weiß das doch ja und das sind genau die dinge deshalb wenn einer sagt dass wir jetzt etwas radikales sagen nein sagen wir nicht das sagt die politik das sagen die sachverständigen das wissen die universitäten das weiß das statistische bundesamt das weiß das bump und alle wie sie da sind alle wissen es und zwar seit jahrzehnten wie wir gerade hier ein bisschen zurückgeblättert haben und was meint her luft damit dass diese erfolgreiche integration nicht erwartbar ist in dieser dimension einer der gründe ist zum beispiel und das sind seine worte hier die niedrige oder fehlende qualifikation der bewerber führt zu einer dauerhaften nicht vermittelbarkeit am arbeitsmarkt weitere ethnische kolonien werden sich bilden bereits vorhandene werden weiter anwachsen andreas das ist sozialer sprengstoff natürlich und das ist genau das was wir jetzt in frankreich gesehen haben dann fehlt dann einfach nur so ein vorgang wie der floyd in amerika in usa vor die black lives matter bewegung und dann das land in ein chaos gestürzt wurde in verbindung ja oder jetzt und das wollte ich gerade sagen oder eben halt jetzt in frankreich das ist ja mehr oder weniger eine blaupause die dahinter steht und wir sehen dass wir mit einer ähnlichen grundsituation ein krimineller soll aufgehalten werden er stellt sich gegen ein auto da liegen bedrohungen im raum und der kommt zu schaden das heißt der wird jetzt getötet genau wie dieser floyd damals das war auch letztendlich eine eine aus einem bestimmten milieu auffällig gewesen aber dann werden diese dinge nicht mehr klar diskutiert sondern es wird über die brutalität gesprochen die muss auch besprochen werden denn die polizei darf sich nicht rausnehmen eigenjustiz anzuwenden und da eine lünch justiz in gang setzen oder jemanden da wie bei dem floyd den da abzuwirken mit dem knie alles überhaupt keine frage aber es findet keine sachliche diskussion statt sondern eine emotionale aufheizung und das dient der spaltung um bürgerkriege regelrecht zu inszenieren so und dann gibt es weitere meldungen heute dass zum beispiel der lehrerpräsident ehrenpräsident des deutschen lehrerverbands der mann heißt heinz peter meidinger alarm schlägt und warnt dass die zuwanderungskrise das lern niveau an unseren schulen verschlechtert und die aktuellen beiden großen grundschul studien die also das ist einmal der IQ b bildungstrend und die iglo studie die hätten gezeigt dass bei kindern mit migrationshintergrund leistungseinbrüche erheblich größer sein als bei kindern ohne zuwanderungshintergrund und herr meidinger klagt in bild die zuständigen ministerien für bildung an und sagt seit 2015 haben unsere schulen etwa eine dreiviertel million flüchtlingskinder zusätzlich aufgenommen ohne dass dafür die nötigen zusätzlichen lehrkräfte zur verfügung stehen besonders betroffen sind die kinder der ersten generation die je nach bundesland und testbereich zwischen einem dreiviertel schuljahr und zwei schuljahren hinter dem erwarteten lernstand her hinken gut das sind dann eben halt die situation die wir mit der bildungsmiserie dann beschreiben die jetzt noch mal ein turbo aufgebaut kommt bekommt und daraus werden dann wahrscheinlich auch neue politiker generationen dann erwachsen die dann letztlich den staat bundesrepublik oder das staatsfragment dann führen das heißt eventuell kann man auch frau werbung und herrn habeck sogar noch einen intellektuellen turbo aufsetzen und es heißt hier weiter in dieser meldung dass nur noch 62 prozent der zuwanderer zu hause deutsch sprechen und in den vergangenen zehn jahren sei also der anteil der schulkinder insgesamt aha insgesamt die daheim ausschließlich deutsch sprechen von 84 prozent auf 62 prozent gesunken und der ehrenvorsitzende des lehrerverbandes kritisiert dass viele kinder den unterricht von anfang an nicht verstehen und erklärt immer mehr kinder die eingeschult werden können mangels deutschkenntnissen dem unterricht überhaupt nicht folgen und werden abgehängt andreas das ist ja insgesamt auch es geht ja auch noch um die werte und demokratie erziehung an den schulen was intensiviert werden müsse sagt dieser experte wir haben in deutschland seine worte sind das hier zweifellos einen tradierten und importierten antisemitismus dem offen begegnet werden muss die mehrzahl an antisemitischen vorfällen an schulen kommen sagt er herr meidinger nach unserem eindruck derzeit aus dem islamistischen umfeld und müssen von den lehrern offensiv angegangen werden und alarmieren und dabei den nah ost konflikt oder den holocaust angemessen zu behandeln sei an einigen schulen schwieriger geworden der grund dafür aus diesem umfeld gebe es offenen oder verdeckten widerstand dagegen ja das sind alles ganz offene zahlen daten fakten die ein eindeutiges bild sprechen und jetzt ist natürlich die frage wer solche dinge hinterfragt kritisiert gilt selbst als rechts und das ist das interessante dabei also ich habe bisher wenige statements gesehen in irgendwelchen sonderfernsehen wo beispielsweise die der arabische antisemitismus angeprägt wird stattdessen spricht man dann von irgendwelchen rechten stiefelträgern die ich selber so gut wie kann ich erkennen kann und ich persönlich auch keine kenne und auch keinen kennen will die frage ist einfach nur es wird dann ein verfälschtes bild aufgebaut und das ist das eigentliche problem dass wenn man dann auch noch mit einer propagandistischen regierung die mit den medien gemeinsame sache macht das eine komplizenschaft dass dann ein verfälschtes bild dargestellt wird diese aussagen die der ehrenvorsitzende des lehrerverbandes meidinger getan hat die sind hier in der bild veröffentlicht und da kann man dann auf der anderen seite auch dankbar sein dass es leute gibt die sowas zum ausdruck bringen diese zahlen und vor allem auch in diesem fall die bild zeitung die diese äußerungen veröffentlichen und wir versuchen das hier auch noch mal aufzuarbeiten damit diese themen auch nicht aus dem gesichtsfeld verschwinden denn diese probleme rücken näher ja und dann gibt es halt aktuelle meldungen nöcher und noch zum beispiel eine stadt in sachsen anhalt die kann nicht mehr der spd bürgermeister schreibt einen brandbrief an bundeskanzler scholz die stadt heißt burg und in diesem brandbrief hat der vorsitzende der bürgermeister und der vorsitzende des stadtrats gefordert dass man mehr hilfe bekommt in der flüchtlingspolitik man sei an den grenzen der aufnahmefähigkeit und die integration der seit der ersten flüchtlingswelle gekommenen menschen und deren familien nachzug sei bis heute nicht abschließend erfolgreich gelungen es fehle an geld an genügendem lehr sowie betreuungspersonal der bürgermeister heißt philipp stark ist von der spd und der vorsitzende stadtrat des marcus kunze von der cdu die haben das geschrieben burg liegt nordöstlich von magdeburg in sachsen anhalt und hat circa 23.000 einwohner und in dem brief wird davor gewarnt dass die von der bundesregierung vertretene asylpolitik bei den einwohnern in burg auf immer weniger akzeptanz stößt den menschen erschließe sich zum beispiel nicht wieso die leistungen für geflüchtete nicht in sachleistungen erbracht werden außerdem steige das haushaltsdefizit und die stadt könne keine weiteren gebäude für die unterbringung von asylbewerbern und weiteren flüchtlingen anmieten und das ist eine hochinteressante frage und vor allem wäre das auch ein lösungsansatz wenn jemand eben kein geld mehr bekäme sondern tatsächlich sachleistungen bekommt und dann würde natürlich der anreiz reduziert werden denn eins ist noch mal wichtig flüchtlinge die von leib und leib im leib und leben bedroht sind müssen eine chance haben in einem industrie land oder ehemaligen industrie land muss man heute sagen wie deutschland eine aufnahme bekommen keine frage aber wenn es einfach nur ein land das wo in die sozialsysteme eingewandert wird dann werden die menschen irgendwann sagen jetzt reicht es und ich glaube wenn man auf sachleistungen umsteigen würde und diese kontrollen wesentlich besser macht und weniger auf integration setzt ich glaube dann würden auch viele schlicht und ergreifend auch wieder einfach gehen wollen und jetzt könnte man über diese schiene ein vernünftiges auswanderer programm entwickeln indem man sagt wie könnte man ein weltweites finanzsystem strukturieren um den leuten wieder in ihrer alten heimat ich bin ziemlich sicher die meisten würden sogar gern in ihre heimat wieder zurückgehen denn jeder hat heim wie jeder kennt das er möchte einfach nur auf den luxus nicht verzichten und auf den wohlstand und das ist gar kein wohlstand was sie in deutschland haben wenn sie ein höheres niveau hätten als vorher in ihrem heimatland würden viele wieder zurückgehen und hier muss irgendwann mal der stein des anstoßes in gang gesetzt werden wie bekommt man eine humanitäre rückführung wieder zustande da werden wahrscheinlich wieder dieselben leute dran verdienen die schon an den asylanten und an den vorherigen kriegen verdient haben aber das ist dann die möglichkeit überhaupt auch eine änderung rein zu bekommen andreas ist es ja auch die frage wie verkraftet deutschland das weiterhin denn die neuesten zahlen was die deutsche wirtschaft angeht die sind ja nun nicht gerade hervorragend sondern das glatte gegenteil die deutsche wirtschaft schrumpft und zwar deutlicher als gedacht das hat zum beispiel gerade aktuell der ewf in seinem neuen wachstumsausblick prognostiziert und damit ist deutschland nämlich und das ist die wahrheit die einzige volkswirtschaft unter den 22 untersuchten staaten und regionen und unter den großen industrie staaten bei der das brutto inlandsprodukt 2023 sinken soll ja wir sind die wir haben die rote laterne das muss man einfach so sehen und zwar in den wirklich und in diesen 22 staaten sind auch kleine staaten dabei deutschland ist mittlerweile vom fünftgrößten industrie land der welt abgehängt worden auf den allerletzten platz wer hätte das jemals gedacht kannst du mir das erklären herr habeck der superminister von den grünen der hatte ja für das jahr 2023 noch eine ganz optimistische prognose ausgegeben und eine stadt nation angekündigt und zur begründung verwies der ewf auf eine schwäche der industrieproduktion und einen konjunktur rückgang im ersten quartal ja also herr habeck hat natürlich irgendwie nicht verstanden was volkswirtschaft ist und das liegt wahrscheinlich daran dass er den begriff volk auch ablehnt denn wenn man zum beispiel dass den begriff vaterland oder das eigene land ablehnt dann lehnt man auch den begriff volk ab aber die volkswirtschaft bedient genau das volk und das ist ein begriff den er negiert und er sprach dann ja auch davon wir brauchen uns keine sorgen machen es wird ja weiter investiert in die wirtschaft nur nicht in deutschland und das fand er dann alles gar nicht mehr so schlimm und da fragt man sich dann irgendwann so nach dem motto wo sind die medikamente das kann doch nicht so weiter gehen dass auf dieser ebene jemand so etwas ungewöhnliches sagt ich nehme mich zusammen ist gut so apollo news schreibt zum beispiel dass von allen g7 nationen deutschland am schlechtesten auch abschneidet dieser aufwärts trend der lange prognostiziert worden war nach den corona jahren bleibt aus und in den usa wurde die prognose zum beispiel von 1,6 auf 1,8 prozent erhöht dann in anderen ländern europas entspannt sich offenbar die wirtschaftliche situation etwas in spanien wurden die wachstumsaussichten von 1,5 auf 2,5 prozent angehoben in italien soll die wirtschaftsleistung statt um 0,7 prozent um 1,1 prozent steigen nur in deutschland ja du hast gesagt rote laterne richtig rote laterne ja ihr lieben und darüber könnte man auch noch viel viel berichten es gibt eine aussage die einem in diesem moment dann doch eher die schweißtropfen der zornesröte auf die stirn zaubert nämlich da gibt es einen grünen abgeordneten johannes wagner der hat getwittert dass die deutschen die moralische pflicht hätten ihren wohlstand abzugeben hat sich also empört darüber gezeigt dass die deutschen dies eben gerade nicht tun wollen und hat geschrieben auf twitter wir können noch so viel geben und haben auch eine moralische verpflichtung dazu es sei so schade dass viele menschen nicht sehen wollten was für einen unglaublichen wohlstand wir in deutschland haben und da schreibt er weiter dieser herr wagner von den grünen deutschland sei eines der reichsten länder der welt selbst bekommt er natürlich 10.000 euro an diäten im monat das schreibt die junge freiheit hier und er fordert zudem mehr umverteilung der superreichen wie er sich das vorstellt hat er offen gelassen naja damit meint er wahrscheinlich auch nicht die wirklich superreichen die über den sphären schweben also wir haben ja hier gerade mal veröffentlicht heute das durchschnittliche netto vermögen allein der 16 bis 34 jährigen in europa und zwar die bürger selbst und da sind die reichsten die luxemburger mit 132.000 euro netto vermögen dann kommt malta mit 130.000 belgien mit 60.000 und dann geht das weiter es sind insgesamt 22 staaten die hier aufgeführt werden und deutschland hat den sagen umwogenden platz 19 erreicht von 22 hinter uns liegen nur noch slowenien und griechenland so bedeutet luxemburg 132.000 malta 130.000 deutschland dagegen 9600 9600 ist das netto vermögen des durchschnitts deutschen zwischen 16 und 34 so wenn das das reichste land ist dann frage ich mich wie man einen solchen menschen mit dieser inkompetenz überhaupt noch einen cent an steuern zahlen kann der einen solchen unsinn erzählt und die leute eiskalt anlügt das ist eine dreistigkeit sondersgleichen ja er liegt ja wahrscheinlich schon über diesen durchschnitt hier wenn er im schnitt 10.000 euro jeden monat auf sein konto überwiesen bekommt der herr johannes wagner von den grünen dass die deutschen steuerzahler hart erarbeitet haben ja wir müssen eines sehen wenn er von reichtum des staates spricht dann müssen wir sehen folgendes der staat sind auch die bürger ich finde der bürger sollte auch eine minimale rolle im staatssystem spüren das heißt wie viele netto vermögen haben die einzelnen bürger hatte ich gerade gesagt wenn ich mir zum beispiel italien ansehe da sind die italiener weitaus reicher als die deutschen die spanier reicher als die deutschen weil der deutsche staat der mag ja geld haben weil er das gesamte geld abgreift durch steuern das heißt also der staat hat nicht das problem in italien zum beispiel hat der staat kein geld aber die menschen haben geld und das ist der unterschied wenn wir reden über den reichtum eines landes müssen wir fragen reden wir von den regierungen und die den staatshaushalt verwalten die haben tatsächlich viele in deutschland oder deshalb können die auch solche gelder bezahlen und dabei solche leute beschäftigen die keine ahnung haben aber die bürger die haben eben halt nichts und damit gehört deutschland auch zu den ärmsten ländern in europa ich danke dir du hast vollkommen recht andreas und wir wollen uns jetzt noch zum schluss einem anderen thema zuwenden wir lesen es gerade überall in den medien russland verschärft die regeln für rekrutierung münchner merko schreibt man kann den großen krieg riechen und was ist damit verbunden längere einberufung von wehrpflichtigen verschärfte sanktionen bei fahnenflucht und neue bewaffnete privatgarten angesichts hoher verluste im ukrainekrieg hat russland mit einem dicken reformpaket eine große mobilisierungswelle gestartet und offenbar wie es hier heißt die weichen für die ausweitung des konfliktes gestellt wir haben in den letzten wochen und monaten darüber berichtet andreas was aus quellen in amerika aus den think tanks hervorgeht dass man offenbar vorhat diesen krieg unendlich in die länge zu ziehen wahrscheinlich über die viele jahre das wird ja immer so gemacht weil krieg verdient geld und die menschen dafür interessieren sich die leute nicht die diese kriegstreiberei betreiben und die rand corporation die ja bekannt ist hat im januar eigentlich gesagt es ist nicht zu gewinnen aber das sind eben halt die situation und russland fängt jetzt an zu reagieren ja und du hast dich mit der aktuellen lage in der ukraine und diesen kriegsvorbereitungen zwischen russland und der westlichen welt beschäftigt du könntest uns vielleicht mal auf den neuesten stand bringen wie du die situation siehst naja wir haben hier natürlich schon besorgniserregende entwicklung in deutschland zu verzeichnen das russische in russland in russland in russland zu verzeichnen habe ich deutschland gesagt in russland zu verzeichnen aber das war ein richtiger freudschlag das spielt dabei ja wobei das auch im prinzip richtig wäre das russische parlament das wird auch deutschland betreffen eventuell das russische parlament hat nämlich die altersgrenze für die wehrpflicht angehoben und vor allem strenge maßnahmen gegen diejenigen beschlossen die ihr dann entgegen entgehen wollen das ist ja immer wieder wenn dann eine aufruf ist zur rekrutierung dass dann natürlich viele auch dann sich dem entziehen wollen das ist auch eine nachvollziehbare dimension neu ist vor allem aber hier dass man sogar offenbar söldnergruppen anheuern will die dann die saboteure aufspüren sollen und so berichtet sogar die welt über diese entwicklung die dann allerdings aus einer italienischen presse übersetzt wurden jetzt ist ja der begriff krieg in verbindung mit russland nicht neu die vorgänge entsprechen eigentlich einer sagen wir mal anführung normalen verhaltensweise wenn zum beispiel ein staatsbürger aus dem westen sich seiner wehrpflicht entziehen will wird er ja ebenfalls von den behörden gejagt na klar da gibt es denn die jäger für das wissen die natürlich und die machen das dann auch darum geht es hier aber auch gar nicht und du hast völlig recht dass hier die russen eigentlich nur typische maßnahmen ergreifen wenn besondere kriegssituationen das erfordern sollten der eigentliche punkt ist dass man immer mehr in das thema des krieges an sich hinein kommt und wir sollten hier sehr exakt sein russland befindet sich nämlich aus eigener sicht wichtig aus eigener sicht überhaupt nicht im krieg sondern sieht sich zu einer spezialoperation gezwungen so beschreiben sie das ich lasse das jetzt mal so stehen und zwar deshalb weil das minska abkommen von den vertragspartnern nicht eingehalten wurde da ging es dann in diesem minska abkommen um den schutz der russisch geprägten ukraine das hatte man 2014 der ost ukraine das hatte man 2014 hatte man das vereinbart aus sicht des kreml sind die russen die einzigen die hier auf eine einhaltung des schutzes der menschen in den ostgebieten bestehen so sagen sie das während zum beispiel frankreich oder deutschland die ja wegen das minska abkommen die das ja unterzeichnet hatten ebenfalls sich dem jetzt verweigert hatten nämlich dem eingriff so sehen die russen das nun wissen wir ja heute dass sowohl der ehemalige französische präsident holland als auch die bundeskanzlerin merkel im nachhinein ja zugegeben hatten dass dieses minska abkommen eine art kriegslist des westens war um zeit für die aufrüstung der ukraine zu gewinnen aber jetzt kommen wir wahrscheinlich zu weit vom thema ja das stimmt wir sind schon wieder ein bisschen weggerutscht aber boris johnson gehörte auch noch dazu wenn ich mich recht erinnere andreas am mittwoch vorgestern setzte das unterhaus des russischen parlaments nicht nur die obergrenze für die wehrpflicht von 27 auf 30 jahre hinauf während das mindestalter von 18 jahren beibehalten wurde sondern beschloss auch noch verschiedene maßnahmen die es sehr viel schwerer machen der wehrpflicht zu entgehen so wurde etwa das bußgeld für diejenigen die sich nicht bei der einberufungsstelle melden verzehnfacht von umgerechnet 30 auf rund 300 euro das kommt von thomas röper aus dem antispiegel der hat diese zahlen hier veröffentlicht oder von der welt das ist hier so ein bisschen sind mehrere quellen jedem der eine einberufung erhält und zwar auch die elektronische version ist es verboten ins ausland zu reisen medizinische und bildungseinrichtungen sind verpflichtet informationen zu den wehrpflichtigen an die einberufungsstellen weiterzugeben anwälte dürfen keine wehrdienstverweigerer mehr verteidigen das sind schon stramme maßnahmen ja aber noch mal das sind in kriegszeiten die wir jetzt haben in dieser zeitqualität keine völlig ungewöhnlichen vorgänge dass man gegen saboteure vorgeht aber wir erkennen dass man sich von der sogenannten spezialoperation das ist für mich das erschreckende auf eine völlig neue art auseinandersetzung vorbereiten könnte und wir sollten nur hoffen dass es schnellstmöglich zu friedensverhandlungen kommen könnte um eine weitere eskalation zu vermeiden denn dann könnte es wirklich eng werden ich möchte noch mal auf die entwicklung in der ukraine zurückkommen wir wissen ja dass diese sogenannte gegen offensive wahrscheinlich gescheitert ist selbst die westlichen medien berichten jetzt inzwischen offen darüber und können es wahrscheinlich auch gar nicht mehr verschweigen ja sie können das nicht mehr verschweigen aber ich möchte noch einmal auf die exakte vokabelnutzung hier eingehen du hast es völlig richtig gerade gesagt und vor allem auch betont die sogenannte gegen offensive denn dieser begriff suggeriert nämlich automatisch dass russland eine offensive begonnen hat und ich finde diese vokabeln unzulässig im interesse des friedens für alle menschen und wir sollten unsere dialoge maximal von der propaganda befreien also solange es keine seriöse diskussion über den bürgerkrieg in der ukraine seit mindestens 2014 gibt um damit diese militärischen aktivitäten des kreml auch sauber einzuordnen die 2022 begonnen haben dann nutze ich weder den begriff der militäroperation wie es russland tut noch adaptiere ich da jetzt den propagandabegriff offensive oder russischen angriff die reale sachlage und die juristische einordnung völkerrechtlich ist bis heute überhaupt noch nicht geklärt ist eigentlich auch erstaunlich dass da hofberichterstattungsmedien nicht auch darauf dringen dass es da mal saubere formulierungs begriffe gibt wir wollen noch mal zurückkommen zur ukraine andreas thomas röper hatte ja einen bericht über den bevölkerungsschwund in der ukraine geschrieben demnach macht der bevölkerungsrückgang in der ukraine eine wirtschaftliche erholung oder einen wiederaufbau des landes worüber man ja ständig spricht jedenfalls in naher zukunft praktisch unmöglich der antispiegel spricht hier von einem gescheiterten staat ja das ist ja seit jahrzehnten dass das läuft diese andauernde kragödie in der ukraine und die ist wirklich ganz schwer zu fassen weil sie so wirklich komplex ist und dabei muss man mal zurückgehen die ukraine hatte zu beginn ihrer unabhängigkeit von der sowjetunion im jahre 1991 eigentlich hervorragende aussichten für eine prosperierende entwicklung es hätte alles gut laufen können in dem land gab es regelrechte filet stücke der sowjetischen hightech wirtschaft schiffsbau zum beispiel flugzeugbau weltraum und atomtechnik und so weiter und dazu kam natürlich ein reichtum an bodenschätzen und die fruchtbarsten böden der welt die sogenannte schwarzerde doch seit dieser unabhängigkeit hatte sich dann eine korrupte oligarchen clique an diesem land bereichert auf kosten der bürger die bis heute immer mehr verarmen und wir wundern uns natürlich nicht dass der westen nicht humanitär diese zerstörung angeklagt oder vielleicht im besten fall sogar unterbunden hat nein also gerade wo man doch immer so wert auf demokratische ordnung und auf freiheit legt hat man nichts gemacht natürlich der westen wollte keine konkurrenz da passte natürlich diese hochtechnisierung der ukraine das waren sie nämlich wirklich überhaupt nicht ins bild und deshalb passte auch der eigenzerstörungsprozess der ukraine durch die oligarchen gut ins bild eigentlich bis heute denken wir an die ukrainischen flugzeuge die waren nämlich hervorragend man hätte sie eventuell nur mit modernen und sparsamen motoren aus dem westen ausstatten müssen aber der westen wollte aus meiner sicht zumindest jede chance auf dem internationalen markt verhindern den die ukraine hätte kriegen können und so ging auch der ukrainische schiffsbau zugrunde denn die westlichen werften die haben damals schon oft übrigens mit staatlichen subventionen den weltmarkt komplett übernommen und da konnte die ukraine niemals gegen ankommen und so war es auch bei der atom und weltraum technik kurz die ukraine wurde mit wissen und wollen deindustrialisiert und ihre bevölkerung verelendete dabei immer mehr und es kommt ein weiterer wichtiger punkt hinzu die schrumpfung der bevölkerung röper hat hier in seinem beitrag ganz klar analysiert dass die menschen aufgrund der armut weniger kinder bekommen haben aber auch ein anderes phänomen begonnen hat die bürger versuchten ihr land zu verlassen und schon vor dem beginn des donbass kriegs im jahr 2014 lebten weit über eine million wirtschaftsmigranten aus der ukraine alleine in russland ja und mit dem 2014 begonnenen krieg in der ukraine da entschied sich damals die regierung in kiew den handel mit russland komplett zu beenden und das war eine fatale entscheidung natürlich so brach die wirtschaftsleistung der ukraine des ohnehin wirtschaftlich schwachen landes um die helfe ein und zu dieser zeit da waren damals schon viele us diplomaten längst regelmäßig vor ort auch joe biden und sein sohn hunter aber auch die heutige vize außenministerin der usa victoria newland die meisten unserer zuhörer die kennen die gute dame noch die in einem geleakten telefonat damals sagte fuck the eu ja also zum teufel mit der europäischen union wenn ich es harmlos übersetzen will und diese dame die hier deutlich ihre meinung zu den europäern kundgetan hatte die ist heute vize außenministerin unseres größten bündnispartners nur mal so nebenbei aber zurück zur ukraine keiner der ganzen westdiplomaten oder politiker haben damals vor der sich abzeichnenden humanitären katastrophe gewarnt durch die fehlpolitik der ukraine und die oligarchische ausbeutung und hier erkenne ich spätestens eine doppelmoral auch des westens die man mittlerweile auch als typisches muster dieser westlichen macht strukturen erkennen kann andreas wie du richtig vermutest ist es ja auch die zerstörung der letzten reste der ukrainischen industrie deren produkte also auch sozusagen billigend in kauf genommen wurden und thomas röper schreibt hier dass damals schon einige millionen menschen vor krieg und armut vor allem nach russland geflohen sein sollen wo der lebensstandort weitaus höher gewesen ist und also heute auch wohl noch ist und viele dieser menschen sich russisch fühlten aus der west ukraine zog es millionen menschen als tagelöhner oder saisonarbeiter nach polen das ihnen jedoch im gegensatz zu russland keine aufenthalts genehmigungen gegeben hat naja klar die west ukraine die waren als billige arbeitskräfte natürlich willkommen auch in polen aber in russland war es russland war es einfach leichter für die ukraine russland brauchte fachkräfte und röper schreibt zum beispiel dass man in russland auch die ukrainischen diplome dort anerkannt hatte und auch eine gute integration möglich war weil sie natürlich die sprache sprechen übrigens in den westlichen medien erwähnt man nahezu gar nicht dass die flüchtlingsströme der ukraine nicht nur in den westen gingen sondern auch nach russland und ist ja auch logisch wenn man bedenkt dass man sich über viele jahre ja auch als brudervolk angesehen hatte denken wir einfach an die sowjetischen zeiten andreas lass uns mal über die bevölkerungszahlen sprechen offiziell heißt es ja immer noch 40 millionen ukrainer im eigenen land es findet aber wie jetzt gerade berichtet ein massiver abfluss hat einiger zeit statt und der krieg hat seit 2014 unmengen außerdem an natürlich unnötigen toten zusätzlich gefordert ja und das ist ein ausbluten in vielerlei hinsicht das ist wirklich unfassbar der anti spiegel berichtet von schätzungen aus dem ukrainischen gesundheitssystem die haben das mal überschlagen nachdem die bevölkerung der ukraine 2021 mittlerweile die 30 millionen grenze unterschritten haben von 40 auf 30 millionen runter das ist schon wirklich heftig vor allem nach dem beginn der russischen intervention in der ukraine flohen jetzt bekanntlicher noch einmal viele millionen menschen aus dem land sowohl in den westen aber eben halt auch nach russland röper spricht von annahmen dass in der ukraine nur noch etwa 20 millionen menschen leben 20 die hälfte wenn überhaupt die bevölkerung hat sich demnach halbiert zur information die ukraine ist flächenmäßig übrigens fast doppelt so groß wie deutschland auch das noch mal zur information also das ist diese ja die lage ja die experten gehen ja davon aus dass migranten wohl kaum in die ukraine zurückkehren wollen selbst wenn dort frieden einkehren sollte wer nach russland gegangen ist der hat in der regel mit der ukrainischen regierung und dem ukrainischen staat insgesamt gebrochen und ist in seiner neuen heimat angekommen gut integriert vielleicht schon und die flüchtlinge die in den westen gezogen sind die werden nach angaben der eu auch kaum freiwillig zurückkehren das heißt die ukraine könnte zu einem dauerhaft entvölkerten land geworden sein ja und wenn man jetzt nun auch noch berücksichtigt dass der südosten des landes vermutlich dauerhaft an russland verloren wurde dann dürfte die tatsächliche zahl der menschen die in der rest ukraine leben noch einmal deutlich niedriger sein und hier stellt sich die frage wie dieses land irgendwann wieder aufgebaut werden soll thomas röper zitiert dazu eine studie der bertelsmann stiftung mit einem niederschmetternden ergebnis originalzitat der krieg wird aller wahrscheinlichkeit nach einen irreversiblen demografischen schock auslösen und zu einem umfassenden bevölkerungsrückgang führen die am stärksten vom krieg betroffenen regionen donetsch charkov lugans zaporischia nikolaev und scherson machen über 30 prozent der ukrainischen bevölkerung aus ja und das muss man einfach mal weiter durchdenken von den ungefähr 20 millionen menschen die nach röpers schätzung noch in der ukraine leben da entfallen vermutlich 30 prozent auf die genannten gebiete die nun unter russischer ägide laufen und daraus kann man dann folgern dass in der rest der ukraine möglicherweise nur noch etwa 15 millionen menschen leben das ist schon irre bertelsmann kommt ja in der studie zu dem ergebnis dass die ukraine aufgrund des bevölkerungsrückgangs in absehbarer zeit kaum in der lage sein wird sich überhaupt selbst zu versorgen und sie wird dann offenbar dauerhaft am tropf ausländischer hilfen hängen man muss sich das wirklich mal vorstellen in einem land mit dem fruchtbarsten ackerland der gesamten welt soll keine eigenversorgung mehr möglich sein unglaublich die ukraine selbst hatte in den 30 jahren ihrer unabhängigkeit nahezu nichts in die infrastruktur investiert das land ist also regelrecht verfallen oligarchen haben sich dabei auf kosten der menschen bereichert ja und mit wegsehen der westlichen welt oder sogar duldung wenn nicht sogar kalkulierter planung ich weiß es nicht also es geht um profit von privatpersonen ob man sie nun oligarchen oder philanthropen nennt so ist meine einschätzung ja ihr lieben das ist harter tobak aus meiner sicht vor allem wenn man doch nach außen hin immer das mitleidsvolle lied der empathie gegenüber ukraine singt und in wirklichkeit eigentlich sich keinen deut darum schert wie es diesem land und auch den menschen dort in wirklichkeit geht es wird weiterhin krieg investiert es wird weiter militärisch mit milliarden aufgerüstet ja das sind dinge über die man an diesem wochenende mal nachdenken kann aber bitte geht trotzdem auch eurem eigenen leben nach und versucht das beste daraus zu machen stabil durch den wandel das ist unser motto und dann geht es weiter Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020